Ach du heilige Scheiße, alle knallen sich hier fix und fertig Mann, 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 hier geht die Post ab bei Of Kings No Man Und jetzt sind wir wieder neu respawnt Heilige Scheiße Ja, Matches wirklich, muss ich einfach mal zugeben Ein Match soll 70 Minuten gehen Das ist wirklich richtig krass Und wir haben jetzt auch schon super starke Leute gesehen gehabt In der letzten Folge zumindest, erinnert euch vielleicht Was ist denn hier drin? Geil, hier kann man sich verschanzen Aber ich muss ja auch irgendwie raus, oder? Oder Sackgasse Muss ja irgendwie raus Geht doch Ich dachte schon Fuck Also Langschwert ist super wichtig Müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren Langschwert oder sowas Vielleicht muss ich auch einfach versuchen Ich sehe gerade nicht, welchen Platz wir sind Da Ich habe es gerade gesehen gehabt 15 Ähm, ja Also nicht so viel Wir haben gar nicht so viel gehabt Warte, ich will mal ganz kurz was schauen Wir gehen mal ganz kurz auf Quit So Dann gehe ich auf Gear Genau Und jetzt können wir natürlich wählen Was nehmen wir hier Also Man kann Soweit ich jetzt weiß Wisst ihr was wir nehmen sollten? Wir sollten das Schwert nehmen Finde ich Oder? Was meint ihr? Oder Bogen? Bogen finde ich auch recht nutzvoll Ich habe es noch nicht benutzt Aber trotzdem Okay Schild Also jetzt können wir natürlich auch hier nochmal gucken Swear Mail Golf Blablabla Wrong Mail Equip Komm, mache ich jetzt einfach mal Und hier Nehme ich Longsleeve So Ansonsten Ja Gibt es hier sonst nichts Okay Drücken wir auf Fight Conquest natürlich Man kann Duell nehmen Oder Conquest Und Dann auch West EU Ja Hat ein bisschen gedauert Ja Tut mir leid Dass ich direkt zu Beginn der Episode Das erstmal hier vornehme Aber ich finde es persönlich Ehrlich gesagt Wichtig Ja Das Game befindet sich Quasi halt immer noch In der Entwicklungsphase Es gibt Soweit ich weiß Auch mehrere Maps Wir beginnen jetzt natürlich hier Okay Nice Man hat gar nicht so viele Pfeile Seht ihr das 24 von Keine Ahnung wie viel Ich glaube wenn man wirklich gut spielt Dann geht das Wo sind die überhaupt Wisst ihr dass ich mich auch frage Ob ich eine andere Waffe habe hier ne Eine Zweitwaffe Warte mal Wir gucken unter Option Controls Change Weapon Haben wir nicht Ne haben wir nicht Interessant Eine Waffe können wir nur nutzen Aber das ist witzig Das ist wirklich witzig So Da hinten ist einer Was zum Teufel Nice Ich habe ihn glaube ich getroffen Alter Was war das denn man Die haben uns ja voll überrannt Das ist so witzig Pfeil ins Gesicht Wahnsinn Das ist so witzig Richtig geil Das Spiel Oh Backe Oh Backe Oh Backe Ja 1500 XP haben wir gerade bekommen Sehr lustig Ich frage mich ehrlich gesagt auch Wie ich ein neues Schwert bekommen könnte Also so ein Zweihänderschwert Das würde mich auch mal interessieren Neue Map Okay los geht's Die Map kenne ich gar nicht Wow man Wie krass sieht die Map bitte aus Die Landschaften Und als auch die Map Von der Fläche jetzt her Finde ich echt cool gemacht Und hier wenn man mal schaut Ganz ehrlich Hier wird man ja so oder so Fallenbogen nutzen oder Hier könnte man doch nur als Bogenschützer am Start sein Pilzlutscher heißt der eine Typ Interessanter Name Okay Let's go So wo sind die denn? Da hinten Die kommen schon Fuck Er bewegt sich halt Logisch Er bewegt sich Das ist eine falsche Position hier Schaut mal wie viele Fallenbogen wir haben hier Okay Wir könnten normalerweise in die Masse direkt Aber das mache ich nicht Wo kann ich denn Wo kann ich denn jemanden finden? Da hinten Habe ich den jetzt getroffen? Vielleicht muss ich noch mehr Warte mal Warte Warte Da hinten Da treffe ich doch bestimmt einen Was zum Teufel Fuck Renn weg Renn weg Nice Er hat einen Langschwert gehabt Da hinten Uh das ist übel Okay Weiter man Weiter drauf Moment Wir sind eigentlich richtig schlau Ne Was das angeht Wenn man so überlegt Nice You killed someone Sehr gut Wir haben jemanden gekillt Wir spawnen in bla 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 Ein paar Sekunden Los Leute Volle Pulle drauf Lasst euch nicht sagen Die killen aber heftig hier Die killen wirklich heftig Wir sind ja rot Wir killen natürlich auch Aber trotzdem Man muss sich natürlich ein bisschen Mühe geben hier Wenn man natürlich auch dementsprechend überleben will Sonst ist es ja ein bisschen Schwierig So theoretisch könnte man Sauber Ich hab ihn getroffen Ich hab's gesehen Moment Komm man Gib ihm Ihr dürft mir nicht im Weg stehen Nice Wieder getroffen Nein Die sind so bescheuert Feuer frei Was Irgendeiner hat mich Man muss sich immer Also wenn man Bogenschütze Vor allem Muss man sich immer bewegen Aber ich hab das dumpfe Gefühl Wir stehen einfach im Vorteil Seht ihr das selbst Ich finde einfach Wir stehen voll im Vorteil Weil Auch wir sehr viele Bogenschützen haben Die Guck mal Wenn ich die wäre Ich hätte hier ernsthaft überall Bogenschützen hingehauen Aber das machen die nicht Die haben natürlich auch viele Leute Die Ja Viele Schilder haben Ne Okay Oh einfach drauf Ob ich jemanden treffe Weiß ich nicht Ich bin ja jetzt hier nicht Legolas Das könnt ihr nur so ein Legolas machen Okay Wer ist hier noch Da hinten Ich glaub man kann hier echt Durchgehend Bow spammen Oder Da hinten kommen welche Feuer frei Leute Brenn weg Wieder hier sein Und dann Drauf Nice Wo sind hier noch welche Moment Ich geh mal hier am besten Auf den Berg Ich bin glaube ich leicht verletzt Oder Ich kann mich gar nicht mehr richtig bewegen Achso Weil ich ja auch den Bogen angespannt hab Das ist halt vielleicht Komm hol ihn dir Nein Nein Ich renn weg Ich renn weg Tschüss Kommt er mit her Ja Shit Achtet mal Er kommt mit her Er kommt mit her Nein 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 Okay er ist weg Gut Boah Boah das ist übel Fuck Ich hab wieder meinen Kumpan getroffen Nice Ich kill Ich hab jemanden gekillt Wahnsinn man Also wenn man wirklich taktisch spielt Macht das richtig Bock das Spiel Ich hab keine Ahnung warum Ich weiß es einfach Ich kann es euch nicht erklären Boah da kommen sie wieder alle hinten Nice Tschüss Er will mich glaube ich Ja er will mir einen reinhauen Komm man der hat doch nicht mehr viel Schön Ich hab keine Ich hab keine Ich hab Komm wo kriege ich neue Pfeile Ich hab keine Pfeile Ey das ist Ja jetzt Das ist jetzt fähig Jetzt kann ich nur hier stehen bleiben Go Capture Ich wills Ich wills Aber ich kann nicht You successfully captured the flag Nice Ich hab die Ich hab gecappt Sehr sehr geil Gut liebe Freunde Wir sehen uns dann wieder In der nächsten Episode Bis dahin